Roland Kaiser und Maite Kelly haben 2014 ihr Erfolgsduett »Warum hast du nicht Nein gesagt?« auf den Markt gebracht. Auch wenn der Song eine Auszeichnung nach der nächsten erhält, will Roland kein zweites Duett mit dem Kelly-Family-Spross aufnehmen. Roland Kaiser »Warum hast du nicht Nein gesagt?« wurde mit fünfmal Gold ausgezeichnet. Seit Jahren läuft dieser Titel rauf und runter bei den Schlagerfans. »Warum hast du nicht Nein gesagt?« von Roland Kaiser und Maite Kelly. 2014 kam das selbstgeschriebene Duett des Kelly-Family-Sprössling raus und räumt seitdem eine Auszeichnung nach der nächsten ab. Über zwölf Wochen hielt sich die Single in den deutschen Charts und auf YouTube wurde das Musikvideo über 151 Millionen Mal geklickt. Wahnsinn! Dieser Erfolg wird natürlich belohnt, so wurde Rolands und Maits Duett erst vor kurzem mit fünfmal Gold prämiert. Der 70-Jährige bekam die Auszeichnung zum Ende seiner Perspektiven, Geburtstagstournee überreicht, und ließ auf Instagram über diese große Ehre schließlich seinen Glücksgefühlen freien Lauf. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vor den Feiertagen möchte ich noch einen besonderen Moment mit euch teilen. Am 25. März hat mir mein tolles Team von Sony Music im Rahmen der Perspektiven, meine große Geburtstagstournee 2022-2023. in der Berliner Mercedes-Benz Arena den Award für Fünffachgold für »Warum hast du nicht Nein gesagt?« meinem gemeinsamen Duett mit Ed Meite-Kelly überreicht. Neben meinem Team und der bezaubernden Meite möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bei euch allen bedanken, ohne eure grandiose Unterstützung wäre diese große Auszeichnung nicht möglich gewesen. Frohe Ostern und eine schöne Restwoche! Euer Roland Die Menschen lieben »Warum hast du nicht Nein gesagt?« und wünschten sich nichts sehnlicher, als dass sich Meite und Roland wieder ins Thunstudio stellen und einen neuen Song aufnehmen. Doch dieser Traum zerplatzt leider nun wie eine Seifenblase. Roland Kaiser Ein weiteres Duett mit Meite-Kelly kommt für ihn nicht in Frage. Kaum ein Song feiert in der Schlagerwelt solch große Erfolge wie »Warum hast du nicht Nein gesagt?« Roland Kaiser und Meite-Kelly ist mit ihrem Duett ein wahrer Geniestreich gelungen. Trotz des noch immer anhaltenden Erfolges und dem großen Wunsch der Fans nach einer Fortsetzung, ist der Gentleman der Schlagerbranche strikt gegen ein zweites Duett. Dies verriet er auch kürzlich im Podcast von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Ich werde in Zukunft mit »Meite« kein Duett mehr singen. Weil du kannst einen Erfolg dieser Qualität nicht wiederholen. Weiter führte »Aus«. Wir haben jetzt gerade fünffach Gold bekommen für den Song. Das ist irre. Und das kann ich doch nicht wiederholen. Da werde ich doch den Teufel tun und nochmal ein Lied mit ihr singen. Der Musiker will es also bei einem Duett mit seiner Schlagerkollegin belassen, sehr zum Missfallen vieler Fans. Er ist sich jedoch auch sicher, dass ihre jeweils eigene Musik für sich steht und Weite mit ihrem Talent auch für sich alleine strahlen kann. Die hat so einen Erfolg, die Frau. Aber die mag ihren Weg alleine gehen. Da braucht sie mich nicht für. Harte Worte für die Fans, herzergreifende für die hübsche Blondine. Untertitelung im Auftrag des ZDF für die Fans, 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 Bis zum nächsten Mal.